Herzlich Willkommen auf Masses Clash Channel! Das heutige Sneak Peek vom Sonntag verrät uns, dass es ein neues Spendenmenü geben wird. Man kann ab sofort sehen, was schon alles in die Clambock hinein gespendet wurde und das ist noch nicht alles, denn man wird ab sofort die Fähigkeit haben, auch dunkle Zauber zu spenden. Heißt derjenige, der seine Anfrage gestellt hat, kann auch noch einen dunklen Zauber mit in seine Clambock hinein bekommen. Und wir schauen uns das Ganze mal etwas näher an. Ich habe hier ein Bildchen, in dem ihr seht, wie das Ganze dann grafisch auch noch dargestellt ist. Oben seht ihr die Truppen, die man selber hat und die man spenden kann. Unten sind in der Mitte sind die Spells, die Zauber, die man spenden kann. Und ganz unten am Rand sind die schon hinein gespendeten Truppen, in dem Fall ist schon ein Lava Hund drin. Ein Loon fehlt noch und ein Geschwindigkeitszauber fehlt auch noch. Maximal ein dunkler Zauber kann gespendet werden und das Ganze ab Clambock Level 4. Heißt ab Rathaus 8 gibt es ab sofort die dunklen Zauber mit in die Clambock hinein. Und das kann natürlich die Taktiken komplett verändern. Zum Beispiel mit Erdbebenzauber muss man nur noch drei mitnehmen, kann dann den vierten mit in die Clambock mitnehmen und zum Beispiel selber noch einen Giftzauber mitnehmen. Heißt im Endeffekt hat man einen dunklen Zauber mehr, der einem dann natürlich auch bei den Angriffen deutlich, deutlich Vorteile verschaffen kann. Wie sich das Ganze aber dann im Endeffekt auswirken wird, ist noch vollkommen offen. Die Armeeübersicht wird dann folgendermaßen aussehen. In der Mitte seht ihr die Truppen, die in eurer Clambock drin sind und rechts davon ist der Zauber, der drinnen ist. Insgesamt kann man immer noch so viele Truppen spenden, wie es einem das Clan Level erlaubt. Also bei uns, bei Clan Level 7 momentan, sind es zum Beispiel sechs Truppen, die man spenden kann. Und das Ganze hilft natürlich auch super für diejenigen, die etwas spenden wollen. Die sehen gleich, was da drin ist. Man wird nicht mehr abzählen müssen, wie viele Truppen denn jetzt schon gespendet wurden und ob jetzt zum Beispiel schon eine Hexe drin ist, ob ein Magier schon drin ist. Man muss sich da keine Gedanken mehr machen, sondern man klickt einfach drauf, schaut was drin ist und tut dann das rein, was eben noch fehlt. Zudem wird das Spenden von einem dunklen Zauber fünf Erfahrungspunkte für den Spender geben. Noch zwei weitere kleine Sachen, denn die maximale Lagerkapazität von Gold und Elixier wurde von 8 Millionen auf 8,5 Millionen angehoben. Das tippe ich mal, hat damit zu tun, dass das Rathaus selber jetzt auch noch Loot beinhaltet. Geladon hat dazu gemeint, dass das nur eben paar kleine Änderungen sind und dass das nicht heißen muss, dass die Goldlager ein neues Level bekommen. Ich würde aber trotzdem noch nicht ausschließen, dass es das für Rathaus 11 nicht doch geben wird. Die zweite Sache ist, dass es ab sofort eine sogenannte Sicherheitszone um den Next Button geben wird. Also immer wenn ihr angreift, könnt ihr ja auf nächstes klicken und ich glaube jeder hatte das schon mal, dass er dann aus Zufall ungefähr einen Millimeter daneben getippt hat und aus Versehen einen Barbar gesetzt hat oder einen Bogenschützen und sich dann mega mega drüber aufgeregt hat und ab sofort wird es um diesen Button herum ein kleines Fältchen geben, das man natürlich nicht sieht, aber innerhalb dieses Fältchen kann man praktisch keine Truppen setzen. Heißt, man wird nie wieder mit Frust aus einem Angriff herausgehen, weil man zufälligerweise und ungewollterweise da eine Truppe gesetzt hat. Das war's wieder für das heutige Update an Sneak Peaks. Morgen geht es weiter und ich brenne immer noch darauf, was denn so in den nächsten Tagen kommen wird. Ich hoffe ihr auch und ich wünsche euch noch viel Spaß hier auf Masis Clash Channel. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.